Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu mein Let's Play. Und wenn ihr das hier seht, dann habt ihr bestimmt bei den anderen Videos auch mitgemacht, sonst habt ihr eigentlich keine Ahnung. Wir waren hinter dieser Tür, ich bin jetzt wieder durch diese Tür durchgegangen und folgen einfach der Spur. Ich möchte euch nämlich keine still relevanten Sachen irgendwie verpassen und euch natürlich so viel zeigen wie möglich. Also gehen wir auch mal jetzt hier durch. Oh, ist ja wieder geladen. Du musst damit aufhören. Bevor es zu weit geht. Aufhören? Aber jeder will sehen, was ich als nächstes tue. Lass ihn gehen, sofort. Wirklich? Okay, wenn du meinst, Bats. Nein! Ups! Du musst dich wirklich beeilen, Bats. So fängst du mich nie! Verflucht! Ich muss den Strom in diesem Raum abstellen. Oh, haben mich alle getroffen? Oh, ich hab alle getroffen. Ha! So geht das. So macht man das. So, wir können jetzt nicht hier rüber. Ist nämlich elektrisierend. Und wir gehen nämlich jetzt zurück. Ha! Wo wir nämlich gerade noch waren. Boah! Ja, dass nicht so viel gesprochen war. Egal. Äh, wir müssen jetzt nämlich diesen Spuren hier auf dem Boden folgen. Also machen wir das einfach mal. Weil nämlich da können wir es ausschalten. So, irgendwie sind wir ja alle. Ja, da hätten wir nochmal eins. Das haben wir geschafft. Oh. 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 Ich hätte mal... Klappe, klappe, nein! Hör doch mal auf damit! Boah, ich hab sogar getroffen. Das kann man so easy machen? Naja, warum denn nicht? Das ist ein besonderer Tag! Alter, bitte! Ich bin nicht wichtig! Ich kann dir nicht helfen! Der ist hier! Ha! Ihr Decken habt keine Chance! Nein, oh Mann! Ich hab mir auch ein neues Upgrade verpasst. Mit denen ich nehme ich... äh... mit den Batarangs einen höheren Angriffsgrad habe und die ein bisschen mehr... äh... außer Gefecht sind, wenn ich den Batarang werfe. So... Wir nennen wir auch LED. Jetzt haben wir nämlich genau das hier geschafft, was wir schaffen müssen, um das, äh... Elektrofeld, äh... Nein, tue ich nicht! Nein, tue ich nicht! Warum sollte ich? Danke! Geht's dir gut? Mir geht's gut! Solche Typen verspeise ich zum Frühstück. Was haben sie hier drin gemacht? Die, die mich nicht geschlagen haben, gingen darüber und hantierten an der Stromsteuerung rum! Keine Ahnung, was sie gemacht haben! Oh, ich hieß noch was! Oh! Nein! Jetzt hört doch mal auf mit dem Mist! Jetzt... Ey! Kann doch nie wahr sein! Oh! Wollen wir dann? Das wird vermied! Das wird härter als vorher, aber dieses Risiko muss ich eingehen! Das wird härter als vorher, aber dieses Risiko muss ich eingehen! Ja, ich bin Batman! So, dann geh ich ja noch mal her! Dann gucken, was es da hinter gibt! Na? Hey, ich muss echt da noch ein neues Upgrade machen, damit es effektiver wird! So funktioniert es ja irgendwie nicht! Ich finde die Stelle nicht! Ja! Wenn ich das neue Upgrade dafür mache, dann wird es nämlich einfacher! Also dafür, also damit einfacher! Sehr, nächstes Teilstück! Ah! Die Karte! War hier nicht auch was? Nee, da ist nix! Ah! Entschuldigung! Dann wollen wir das hier ausschalten! Ah! Gleich beim ersten Mal! Oh! Ah! Das hat mehrere Stufen! Nein! Nein! Exkludiert es gleich! So! Ja! Das hätten wir auch hingekriegt! Ja! Die Bauern haben wir gesehen! Ah! Muss ich mal gucken beim nächsten Upgrade, dass ich das dann auch verbessere! Ja! Ich glaube ich habe die Stromzufuhr des Generators unterbrochen! Ja! Das hast du! Du bist der Größte! Du bist Batman! Äh! Wir sind Batman! Bad! Na du bist aber hartnäckig, Batz! Hm! Immer einen Schritt voraus! Klar! Es dauert nicht lange, bis ich eine Armee von Titanmonsters... Hä? Da drüben soll auch noch mal sein! Stellt euch nur vor, wie ich durch die Straßen getragen werde und über die Leichen der unschuldigen Bürger steigen! Ja! Es wird herrlich werden! Ich kann's nicht erwarten! Hahaha! Tricks hier! Ach hier war das! Ja! Das Rätsel hätte ich jetzt auch gelöst! Ja, aber jetzt kommen wir ja dahin, wo wir eben gerade auch wieder waren, über das elektrostatische Feld! So, dann gehen wir mal hin! Oh man, wir haben eigentlich gar nicht mal so viel Zeit! Ich hoffe, das kriegen wir noch irgendwie gebacken! Müssen wir eigentlich! Und rüber! Was sind wir denn hier alles? Ja, egal! Hier durch! Los, brech es auf Batman! Du schaffst das! Ja! Ich hab doch gewusst, du schaffst das! Du bist ja auch ähm... Dieser eine da! Dieser eine Superheld! Kann mich jetzt nicht mehr erinnern, welcher... Irgendwas mit Spinne, oder? Ne, das war ja... Achso, falls noch jemand fragen hat, Batman... ...ist ein DC-Comic! Von DC, nicht von Marvel! Marvel ist Spider-Man und Fantastische 4 und Hulk! DC ist von... Also, Batman ist von DC, die auch Superman gemacht haben! Und, äh, bei Superman, da gibt's ja bis jetzt noch kein wirklich... ...gutes Spiel! Also, nicht, dass ich, ähm... ...wüsste! Hm! Außer, ihr wisst da eins! Dann sag mir Bescheid! Dann weiß ich das! Und, äh, kann's ja vielleicht auch immer mal testen! Genau! Ha! Nein, Spaß! Wie gesagt, wenn's ein gutes gibt, dann... ...würd ich's mir gerne mal angucken! Ah, bis jetzt kann ich noch kein gutes! Ah, durch die Tür! Ah, was ist denn mit meinem Mikro halt los? Das ist ein bisschen... ...das ist nervenbar ein bisschen! Ah, ist klar! Wo sind wir denn hier? Hm! Na toll! Das ist doch so ein Psycho... Ach, wieder so ein scheiß Labyrinth! Ja, so ein Labyrinth ist immer ein bisschen nervig, finde ich! Ja, das müsst ihr leider jetzt ertragen! Ich mach das jetzt! Aber... Ich mach auch nicht alles! Werden wir ja gleich sehen, wie wir hier weiter verfahren! So... Wir können natürlich wieder... ...nicht oben dran! Weil dann brechen die nämlich ab! Das sind alte Fundamente! Ja, genau! Ja, genau! Ja, hab ich grad gesagt! Ja, genau! Das mein ich! Also das mein ich, äh, man kann nicht... ...das, äh, 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 darauf... ...um das zu verkürzen! Ich muss nämlich genau hier lang! Hm... Wo müssen wir denn noch mal hier lang? Ist das Joker, der da eigentlich die ganze Zeit noch rumlabert? Ah! Verdammt! Wann, hier komm ich doch! Verflucht! Ah, schon... ...schade! Ah! Dieses Labyrinth! Ja, aber das ist nicht so schwer, das zu lösen! Ich werd das, glaub ich, schon... ...schnell lösen können! Hm, 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 hm! Kommen wir da rüber? Ja, ich komm hier rüber! Ach egal, ich geh jetzt einfach mal hier durch! Und mach dann auch die Pause! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann!